Die additive Fertigung bietet neue Möglichkeiten und Perspektiven für die Keramik. Einerseits schafft sie eine wirklich große Flexibilität in der Geometrie. Andererseits kann man auch Kleinserien herstellen, weil man keine Werkzeuge braucht. Es ist wirklich wichtig, die Kosten zu senken, indem man den Einsatz verschiedener Materialien erweitert und immer mehr Maschinen zu immer günstigeren Preisen anbietet. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2025 stark wachsen wird. Die Ceramitec ist die wichtigste Veranstaltung der Keramikindustrie. Es ist also wirklich wichtig, jetzt hier zu sein. Vielen Dank.